Hallo, ich bin Flavia. Ich bin Selbstärztin hier im Klinikum Stuttgart. Ich bin schwanger und in zehn Tagen kommt mein Kind. Wegen Corona können wir euch aktuell ja keine Kreißsaalführungen anbieten. Deswegen nehme ich euch heute auf eine virtuelle Reise bis in den Kreißsaal mit. Wenn ihr mit dem Auto kommt, könnt ihr direkt bis an die Schranke vorfahren. Einmal klingeln und dann könnt ihr vor dem Eingang direkt parken. Hier ist der Parkplatz extra für euch Schwangere. Hier könnt ihr euch dann hinstellen, habt 30 Minuten Zeit, könnt einmal hoch in den Kreißsaal euch anmelden und dann soll der Partner bitte nochmal das Auto umparken. Wegen Corona müssen wir aktuell alle eine Maske aufziehen ab dem Moment, wo wir ins Klinikum reingehen. Ihr kommt durch die Drehtüre dann rein in das Foyer vom Olga-Hospital. Dort müssen die Hände desinfiziert werden und man muss ein Anmeldeformular über Erkältungssymptome hier einmal beantworten. Dann könnt ihr weiterlaufen und immer den Schildern Richtung Kreißsaal folgen. Also immer geradeaus den ganzen Flur bis ganz ans Ende des Foyers. Wenn ihr den Kreißsaal möchtet, ist es ganz wichtig, dass ihr vorher einmal anruft, um abzufragen, ob genügend Kapazitäten im Kreißsaal für euch zur Verfügung sind. Hier müsst ihr nun auch nicht euch an der Patienteninformation anmelden, sondern dürft direkt weiter zum Aufzug A ganz nach hinten rechter Hand. Angekommen am Aufzug A, fahrt ihr in den dritten Stock zum Kreißsaal, biegt aus dem Aufzug linker Hand ab und dort seht ihr dann auch schon die Kreißsaaltüre. Hier sind wir jetzt vorm Kreißsaal. Die Tür ist immer zu, aber die Hebammen sind immer für einen da. An 24 Stunden, an 7 Tage die Woche. Könnt ihr einmal klingeln? Hallo. Hallo, hier Flavia. Ich bin zur Kreißsaalführung hier. Na dann, wir weit spazieren. Hallo. Das ist eine Kreißsaalführung. Genau. Schön. Sollen wir gleich zur Aufnahme in zwei weiter gehen? Genau, machen wir das. Wir haben jetzt einen Corona-Snelltest gemacht in dieser Pandemiezeit und der ist negativ und deswegen dürfen wir für den Film jetzt die Maske abziehen. Im Normalfall lässt die Hebamme eben die Maske die ganze Zeit auf, der Partner auch und die Frau muss unter Geburt keine Maske tragen. Mein Name ist Friede Lochstampfer. Ich bin leitende Hebamme hier am Klinikum Stuttgart. Wir sind hier ein großes geburtshilfliches Team mit Hebammen, Ärzten und Fachpersonal aus anderen Berufsgruppen. Wir haben hier auch die Hebammenschule am Klinikum Stuttgart. Die Hebammenschüler sind bei uns im Kreißsaal eingesetzt und das ermöglicht uns noch eine engere Betreuung der Frauen. Ich sage ja immer wieder, es ist eine Bergtour und bei der Bergtour muss die Frau wandern, also sie muss steigen. Der Partner geht mit und die Hebamme, die agiert wie ein Bergführer. Sie läuft eben auch mit. Zuerst kommt die Voruntersuchung. Wir tasten, wie das Kind drin liegt über die leopoldischen Handgriffe. Wir hören die Herztöne und schauen, wie kräftig sind die Wehen über den CTG und schauen dann, wie weit der Muttermund ist. Der Partner muss zunächst mal vor der Tür warten. Wenn wir dann untersucht haben, dass die Geburt losgegangen ist, dann darf der Mann mit dazu und beide werden dann auf Corona getestet. Wenn wir sehen, die Geburt ist losgegangen, dann geht es eben weiter im Kreißsaal. Jeder Kreißsaal hat ja sein Kreisbett. Das kann man unterschiedlich einstellen, sodass die Frauen auch verschiedene Positionen während der Wehen einnehmen können. Wir haben Matten. Frauen knien gerne auf die Matte und halten sich auch gerne am Ball oder sitzen sich gerne auf den Ball. Wir haben einen Gebärhocker. Auch den nehmen Frauen gerne in Anspruch. Wir haben in jedem Kreißsaal ein Haltetuch, wo sich die Frauen eben daran festhalten können und sich einfach auch damit bewegen können. Nach der Geburt wird das Baby gewogen, es wird gemessen, es wird auch untersucht und dafür ist auch der Wickeltisch und die Waage da und selbstverständlich eine Wärmelampe. Hier ist das Entspannungsbad. Das hilft sehr zum Entspannen unter der Geburt. Es ist auch ein ganz altes Mittel, um Frauen gut durch die Geburt zu begleiten und viele Frauen mögen in die Badewanne während der Wehe. Sie sehen hier eine ganz große Badewanne. Die ist für die Geburt in der Wanne da und auch das wünschen sich manche Frauen und wir bieten das sehr gerne an. Das Besondere an unserem Kreißsaal ist diese tatsächlich auf die Spitze getriebene Tür-an-Tür-Lösung zusammen mit unseren neugeborenen Spezialisten, unseren Neonachtologen. Wir sind wirklich nur durch eine Wand vom Kreißsaal getrennt und können innerhalb von Sekunden uns unterstützen, wenn ein Kind in irgendeiner Form in Not ist. Das ist etwas extrem Kostbares und enorm Wertvolles. Die Frauenklinik hat 2019 3500 Geburten betreut und ist damit die geburtenstärkste Frauenklinik in Baden-Württemberg. Was ich den Frauen bei den Informationsabenden immer sage, ist, dass es um sie geht. Das bedeutet, dass wir nicht irgendein geburtshilfliches Ideal, ein irgendein Modell ihnen überstülpen möchten, nachdem die Geburt jetzt gefälligst stattzufinden hat, sondern dass wir ganz bewusst die individuellen Wünsche und Bedürfnisse in Erfahrung bringen wollen und sie dann eben auch so gut wie möglich umsetzen möchten. Die Geburt ist ein natürlicher Vorgang, der oft genug auch ohne ärztliches Zutun zu einem guten Ende kommt. Sonst wären wir schon längst ausgestorben. Wenn das Baby da ist, dann kommt es zuerst zu ihnen auf die Haut. Wir unterstützen das, dass es Hautkontakt hat. Wir unterstützen sie beim Stillen und wir geben ihnen vor allem Zeit, ihr Kind kennenzulernen. Nach der Geburt kann die Frau, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind, auch ambulant nach Hause gehen oder sie geht dann auf die Wochenstation. Dort wird sie von den Kolleginnen weiter versorgt und es findet auch die U2 durch den Kinderarzt dann auf der Wochenstation statt. Jetzt gerade bei Corona kann der Mann seine Frau auf der Wochenstation nicht besuchen. Er nimmt sie dann erst wieder in Empfang, wenn sie entlassen wird. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick jetzt ins Klinikum und in den Kreißsaal gewinnen. Ich wünsche euch noch alles Gute für die Zeit, die kommt und danke dir, Ronja. Ciao, mach's gut. Tschüss.